Season 2 ist am Start und was geht ab? Willkommen zurück zum neuen Video von ProgretTV. Hier in diesem Video geht es darum und zwar lande bei Lockys Leuchtturm, Upris Sky und Mountain Kay. Und wir fliegen einmal zum Leuchtturm. Er befindet sich einmal hier in der Nähe von dem neuen Ort, Wyss Shark. Und der ist ja einmal hier oben auf der kleinen Insel eigentlich mega klar zu finden, den Leuchtturm. Da fliegen wir einmal hin und dann landen wir einmal hier vorne beim Leuchtturm. Und dann geht es nachher weiter. Landen wir einmal hier und zack, geschafft. Dann wäre Mount Kay einmal hier vorne und zwar gibt es da hier ganz viele Berge. Und der Mount Kay ist einmal der höchste Berg. Da fliegen wir einmal hin und landen einmal da oben drauf. Okay Leute, ihr könnt mir auch mal gerne unten in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr die aktuelle Season findet. So, sagt ihr, Season 2 ist cool, sagt ihr, Season 2 ist nicht so cool. Könnt ihr mir gerne mal eure Meinung reinschreiben. Wird euch mal gerne interessieren. Einmal hier auf Mount Kay landen und dann haben wir auch wieder die Aufgabe geschafft. Zack, können wir auch durchsuchen die Truhe hier. Dann kommen wir schon zum letzten Spot einmal. Der letzte Spot wäre einmal April Sky wäre einmal in der Nähe von Misty Meadows. Hier oben auf dem Berg ist ein ganz großes Haus und da müssen wir einmal hinfliegen und es einmal besuchen. Einfach landen drauf und dann seid ja auch schon alle fertig. Und das hat es ja schon gewesen. Wenn ihr Bock habt, lasst euch gerne einen Daumen nach oben da, einen kostenlosen Abo. Ich würde sagen, Leute, haut rein. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg bei Season 2 mit dem neuen Leiter. Peace out. Euer Prokler.